Moin zusammen und willkommen zurück zu Outward Definitive Edition. Wo waren wir letzte Folge eigentlich stehen geblieben? Wir haben eine Stammesgunst uns besorgt, genau. Wir haben unsere Stammesgunst besorgt, wir sind schuldfrei. Dafür sind Isan und Oliel jetzt auf dem Weg zur Heiligen Mission und ins Königreich. Zu einem speziellen Königreich, Isan hinten, ich weiß nicht mehr wie es heißt. Und jeder Baum stellt unbegänzt, das kann man nicht mehr lesen, in der Hocke kannst du dich getarnt bewegen. Mit einer angezündeten Fackel oder der Laterne fällst du dennoch leicht auf. Ich mache das Licht aus, wenn du schleichst. So, ähm, ich wollte schon mal eine Waffe wechseln. Grund dafür sind vor allem, beziehungsweise ich wollte die Stofflappen, die habe ich ja jetzt schon verkauft, weghaben. Und jetzt mal so ein bisschen aufräumen, gucken, was haben wir, Ausrüstung ein bisschen auf Vordermann bringen und und und. So, diese ganzen Sachen hier, auch die Laterne, denn wir haben noch ein paar Laternen hier drin. Wo sind sie? Zwei. Äh, die werden wir auch verkaufen. Die beiden hier nicht, die wollen wir nur auffüllen. Und dann gucken wir mal eben durch, ob es noch weitere Sachen gibt. Giftpfeile will ich eigentlich nicht verkaufen. Kann ich eigentlich mitnehmen. Normale Pfeile auch? Nein, normale Pfeile nicht. So, äh, weitere Dinge. Oh, die Gabärenstuhlen nehmen trotzdem ab. Die benutze ich eigentlich momentan nicht. Wir haben noch genug Fleisch, dann verkaufe ich die Gabärenstuhlen. Ich könnte aber mal gucken, Moment, ich habe ja hier ganz viele Sachen, ob ich nicht eine Aufgabe erledigen kann, für die mich jemand gebeten hat. Da brauche ich, glaube ich, noch das da. Und das müsste, glaube ich, schon alles gewesen sein. Gucken wir mal eben. Einer aus der Stadt möchte, nämlich, ich glaube, ein Händler, der oben bei den Lehrern ist, möchte eine Ceviche, Ciazo Ceviche haben von uns. Was gibt die eigentlich? Mana wiederherstellende Eigenschaft. Naja, Mana wiederherstellung bringt uns nichts. Wir haben kein Mana, aber wir können sie herstellen. Und das bringt uns doch schon mal einen ganzen Schritt weiter. So. Ah, warte mal, neben Ausrüstung können wir ja auch... Boah, ich... Wir fallen immer mehr Dinge an, die wir tun können. So, zum einen bringen wir jetzt das mal eben hier weg. So. Dann, wo ist mein Geld? 192 Silber. Das kann noch mehr werden. Manastein. Weiß ich nicht, ob wir brauchen. Lassen wir jetzt alles Restliche hier drin. Ja. Und verkaufen, beziehungsweise geben wir ein paar Sachen ab. Wir sind schon vorbereitet, um als nächstes auch aus der Stadt rauszukönnen wieder. Ähm... Ich sollte zu Kammerlady Aberdeen, Reza Emmerdin zurückkehren. Und ich sehe gerade, ich muss mal eben mich kurz versetzen. Moment. Gleich wieder da. So, jetzt sieht man auch wieder die Tastaturbelegung. Ich bin auf Kuh gekommen. So ein Dreck. Das wollte ich nicht. Na, Pech gehabt. So. Hier ist Reza Aberdeen draußen. Ich muss gehen. Sofort. Ich weiß nicht, wann ich zurückkehre. Wieso, was ist passiert? Warum bist du dann auch immer noch hier? Wieso, was ist passiert? Oh, je. In Berg gibt es Probleme. Eine offizielle Tagung des Rates wurde einberufen. Ich gehe nach Berg, der größten Siedlung im Enmerk-Karwald. Äh, die Heimstatt aller Stämme. Geburtsort des Kollektivs der Blauen Kammer. Wenn du kannst, würde ich dich gern dort treffen. Ich habe ein Angebot für dich. Ich möchte dich nicht unter... Ich werde den Rest deines Blutpreises zahlen. Und dich in die Blutlinie der Aberdeens aufnehmen. Also wir haben ja jetzt mittlerweile mitbekommen, dass das nicht so prickelnd ist hier mit dem Stamm. Zumindest von ein paar Leuten. Aber folgendes Angebot hat Reza. Also ich möchte dich nicht unter Druck setzen. Aber ich habe ein Angebot für dich. Wenn du gelobst, für mich zu arbeiten, werde ich den Rest deines Blutpreises zahlen und dich in die Blutlinie der Aberdeens aufnehmen. Dein guter Ruf wäre wiederhergestellt und für dich... Und dir für immer eine große Last von den Schultern genommen. ...herstellt und dir für immer eine große Last von den Schultern genommen. Ich finde, das ist eine sehr schräge Art, das zu erklären, Ika. Mein Blutpreis beträgt immer noch mehrere tausend Silber. Wieso können wir die nicht abbezahlen? Das ist kompliziert. Olliel sagt sich von ihrer Familie los und ich brauche jemanden, auf den ich mich verlassen kann. Jemanden, von dem ich denke, dass er der Familie nahe steht und ich möchte sicher gehen, dass du so einem Mob nie wieder gegenüberstehen musst. Das Kollektiv der Blauen Kammer wird bald als Familie zusammenkommen. So, denk immer daran, wofür das Kollektiv der Blauen Kammer steht. Nur indem wir unsere Lasten als Familie teilen, können wir in Orai überleben. Wir alle sind miteinander verbunden, unabhängig unserer Herkunft oder des Weges, den wir einschlagen werden. Die Begegnung des Einzelnen verblasst, verglichen mit der der Familie und des Stammes. Jeder von uns verzichtet auf etwas, um sicherzustellen, dass jeder alles hat, was er zum Überleben braucht. Meine Entscheidung, ich werde dich nicht zwingen, aber mein Angebot gilt. Arbeite mit mir zusammen und ich werde dich in die Familie Aberdeen aufnehmen und deinen Blutpreis zahlen. Habe ich eine Wahl? Du nimmst dein Leben selbst in die Hand. Ich kann dich schließlich nicht am Schlawittchen hinter mir herziehen, oder? Du bist erwachsen und nimmst dein Leben selbst in die Hand. Ich kann dich dabei nur anleiten und hoffen, dich zu jemandem zu formen, der die Bedürfnisse der Blauen Kammer im Gedächtnis trägt. Du musst Reiseproviant vorbereiten. Wenn du andere besiedelte Gebiete in der Region Auraibe reisen möchtest, in andere, okay, musst du Reiseproviant vorbereiten. Wenn du ohne ausreichend Proviant auf die Reise gehst, verhungerst du, bevor du dein Ziel erreichst. Ich kann dir ein wenig Reiseproviant erübrigen. Mehr findest du in den Läden von Sierzo, oder du kannst deinen eigenen mit etwas Salz und den meisten Lebensmitteln herstellen. Ich hoffe, wir sehen uns im Berg, Herr Goh. Wenn du dich unter den Schutz des Kollektivs der Blauen Kammer stellen willst, triff mich dort. Nimm den Weg Richtung Süden, Südosten der Halbinsel. Gut, Reiseproviant. Wir haben eine Aufzeichnung mit einem Blick in die Zukunft und haben jetzt den dritten Weg, den wir einschlagen können. Wir können zum einen uns der heiligen Mission anschließen, zum anderen diesem komischen Königreich, oder uns unter den Schutz der Blauen Kammer stellen und alle unsere Schulden sind getilgt. Ja. Oder wir gucken uns erstmal weiter um. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal weiter um. Hier gibt es noch ganz viel, was wir erleben können. So, zunächst einmal müssen wir... Warte, jetzt bin ich aber verwirrt. Ach ja, wir müssen nach oben. Wir müssen nach oben, um die Sivish abzugeben bei ihm hier. Und wenn wir damit fertig sind... Reden. Ich kriege vier Meeresfrikassee. Nice. Äh, kaufen. So, erstmal das, 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 das. Sivish gibt vier. Das Meeresfrikassee, heilende Eigenschaften, das Gesundheit, Ausdauer und Mana wiederherstellt. Das behalte ich. Das brauche ich erstmal nicht. Das werde ich auch lange nicht brauchen. Das hier wollte ich verkaufen. Und die bringen mir gerade nichts und sind viel wert. So, 56. Perfekt. 248 Kohlen. Die brauche ich nämlich... Für ihn hier. Lernen. Jetzt können wir hier unsere Gesundheit erhöhen. Nur für Silber. Unsere Standfestigkeit erhöhen. Nur für Silber. Und ein Skill lernen. Der Schildangriff. Nur für Silber. Habe dann zwar nur noch 48 Silber übrig. Ist aber nicht schlimm. So, die Schild... Den Schilddieb werde ich erstmal nicht brauchen. Denn ich hatte ja gesagt, ich werde erstmal dann die Metallschlagringe nehmen. Um zu gucken, ob die dann dann um einiges besser sind. Die Eisenschlagringe kriege ich von hier unten. Äh, umsehen. Da sind sie. Und dann sind wir eigentlich auch schon durch mit allem, was wir kaufen können, ne? Ne, man könnte jetzt noch... Stolperfalle, Nägel, Fangschwert... Nein, nein, das will ich nicht. Erstmal legen wir jetzt die... wieder an. Das da passt einigermaßen. Ach, ich habe hier noch Sachen, die ich verkaufen will. Was kann ich für dich in Ordnung? Ich kann die nicht verkaufen? Das ist ja doof. Kann ich die denn zerlegen? Das kann ich zerlegen in Eisenschrott. Okay, dann machen wir die Dörche kaputt. So, hast du vielleicht... wenn ich schon keine anständigen Sachen habe? Hast du vielleicht Rezepte? Feuerlappen? Genau, den weiß ich noch nicht, wie der geht. Eislappen habe ich schon gelernt, ne? Wie viel habe ich? 18. 28. Was gibt es denn hier noch? Stabilitätstrank? Lebenstrank? Kaltstein? Kältetrank? Feuerstein? Gibt, glaube ich, auch so Tees. Warte, machen wir den Feuerlappen mal eben kurz weg. Denn ich glaube, er hier hat auch Rezepte für Tees. Und Tees sind gut. Ich habe mir als Regel gesetzt, dass ich nur Sachen, die ich über Rezepte lerne, aufs weitere lerne. Provisorische Lederstiefelhut, Lederkleidung? Nein. Beruhigender Tee und ein bitterer Gewürztee. Wir nehmen den beruhigenden Tee. Gut. Das werde ich wahrscheinlich hier nicht benutzen können. Ich glaube, das ist am Kochfeld. Haben wir eben kurz Salzwasser mit. Den Rest müssen wir jetzt sowieso oben im Leuchtturm machen. Also wir haben drei Wege, die wir einschlagen können. Aber wir haben noch ganz viel in den Halbinseln, was wir noch nicht erkundet haben. Deswegen werden wir zuallererst einmal die Halbinseln erkunden, bevor wir uns überhaupt in ein neues Gebiet aufmachen. So, das kann weg, das kann weg, das kann weg, das auch, das, das und das. Jetzt kochen wir noch eben kurz das Wasser ab und dann schauen wir mal eben, was der beruhigende Tee benötigt und welche Rezepte wir jetzt so alle können. So, Wasser abkochen. Da ist der beruhigende Tee. Das ist mit Seegras und Macht. Verbranntes Mana. Bringt mir also nichts. Da ich noch keinen Mana habe. Okay, dann brauchen wir auch, glaube ich, nichts herstellen. Salz wieder rein. Das Wasser nehmen wir mit. Wir brauchen eine Laterne. So, neben der Laterne brauchen wir Lebenstränke, zwei Stück. Wir nehmen Eis- und Feuerlappen mit, beide. So, Verbände brauchen wir fünf. Was macht der hier? Verbrannte Ausdauer. Verbrannte Gesundheit. Dann nehmen wir das da mit. Einmal das da mit. Stellt maximale Gesundheit wieder her. Und jetzt brauchen wir noch was zu essen. Hier, Fleischsuppe. Davon nehmen wir drei mit. Gut, Zelt. Nee, es ist nicht mein Ziel, unterwegs zu schlafen. Aber zur Sicherheit. So, jetzt brauchen wir nur noch Spitzhacko und Harpune. Dann habe ich alles, ne? Moment. Gucken wir mal eben. Mais. Aha. Ich glaube, wir brauchen hiervon nichts mehr. Nee. Wir können los. So, was haben wir denn bisher gesehen? Wir hatten die Troglytenthöhle gesehen. Es sind aber auch uns erklärt... Okay, hier kann ich jetzt nicht reingucken. Es ist uns erklärt worden, dass es aber auch einige Banditen gibt hier. Ich laufe mal eben kurz da oben lang. Dass es auch einige Banditencamps gibt. Und wir haben auch noch nicht gegen viele Banditen gekämpft. Tatsächlich nur gegen einen. Ich würde mal sagen, wir schlagen uns jetzt zuerst mal zu einem Banditenlager durch. Und gucken mal, ob wir das nicht auseinandernehmen können. So. Selbstverständlich sammeln wir aber natürlich alle Gabären, die es hier in der Stadt gibt, alle auch erstmal ein. So, das da unten hatten wir schon. Da vorne sind noch Gabären. Oh, die sind auch nicht neu. Wieder da. Er hier ist noch da. Das ist gut. Die sind auch noch nicht neu. Okay, dann können wir eigentlich raus. Kann er uns noch was beibringen? Brauchst du etwas? Abwehrtechnik für 1-2 in der Schwerde. Dann kann ich den... Achso, das habe ich nicht. Schade. Abwehrtechnik für 2-1 in der Schwerde. Ja, wäre eine Überlegung, ne? Aber erstmal... Wird probiert, ob wir nicht mit dem... Eisen-Fäustlingen besser zurechtkommen. So. Ich habe kein Gegengift mit. Da darf ich nicht vergiftet werden. So, hier sind noch keine Bärenneugel. Und da vorne ist aber ein Vogel. Dann machen wir uns mal auf den Weg, um den Vogel hier reinzuboxen. Was ist er denn? Ach da. Komm her, du Penner. Boah! Das ist um einiges besser. Um einiges besser als die Stoffhandschuhe. Junge, Junge, Junge. So. Mehr in der Erhöhung laufen, so hat man mehr im Blick, was vor einem liegt. Hm, was? Zwei Banditen. Okay. Wie ist das Handy? Was ist denn heute hier los? Am meisten zwischen den Aufnahmen geklingelt, aber jetzt um diese Aufnahme, glaube ich, schon zweimal. So, ich versuche jetzt... ...schnell an den Hinteren zu kommen und den kaputt zu schlagen. So muss das laufen. So. Barbanditen können wir schon mal erledigen. Das ist gut. Oh, der hat so einen Pilzriegel dabei. Das ist nett. Der Pilzriegel gibt nämlich maximale Gesundheit wieder. Hier. Haps. Cool, ne? Der steht dann immer da dran. Stellt einen Teil der maximalen Gesundheit wieder her. Sehr schön. Dingens brauchen wir noch nicht in Verband. Ich denke, das sollte der Eintopf erreichen. Gut. Also hier ist hier so. Da vorne war die Aufspaltung, wo es da weiter geht. Das wäre der Weg gewesen. Aber hier ist ein Banditenlager. Und dieses Banditenlager werden wir jetzt ausnehmen. Das werden wir richtig zerlegen. Die kriegen mir richtig den Hintern versohlt. Los! Mir kribbelt es den ganzen Tag schon in der Nase. Und es geht mir auf den Zeiger. So, was steht hier auf dem Schild? Osten. Banditenlager. Mount Klempe. Oh! Mount Klemme also. Fäustlinge bereit halten. Hier ist nichts. Ist einfach nur... Wer ist bewacht bei Sonderfesten? Kann ich sonst? Es scheint random zu sein, wo die Gegner stehen. Ich war der festen Überzeugung, dass immer an diesem Durchgang zwei Banditen stehen. So. Da ist das Camp. Hier sind noch ganz viele Sachen, aber die können wir, wenn wir die holen wollen, auch auf dem Rückweg holen. Erstmal müssen wir den Vogel da vorne wegtreten. So. Dann komm mal ran, du. Der Vogel. Bäm. Wunderbar. Schön groß, ne? Das ist ja fast so groß wie Sierzo. Fische nehmen wir mit. Und die... Flusswasser ist dreckig übrigens. Da steht sauberes Wasser, kennt ihr da. Wenn sauberes Wasser dransteht, könnte er trinken. Aber Flusswasser ist dreckig. Da kann man sich Infektionen zuziehen. Nichts trinken. Irgendwer pinkelt hier ständig wohl ins Wasser oder so. Ach ja, hier ist übrigens... ...ne Druckplatte. Ich weiß, dass die da liegt, deswegen bin ich da direkt ausgewichen. Auf der anderen Seite so glaube ich auch, George. Ja. Man kann aber auch, meine ich... Mist, kann man nicht! Ich dachte, man kann drüber rennen. Ah, nein. Sie trifft dann einen. Oh. Perfekt zum Zeigen, ey. So. Keine Banditen vor der... ...vor dem eigenen Lager. Hier war doch sonst immer alles voll mit Banditen. Na gut. Wir nehmen die Einladung an. Dann gehen wir gleich direkt rein. So. Hier machen wir auch unseren diesjährigen Folgen-Screenshot. So. Moment. So. Das hat doch was. Moment. Hopp. Perfekt. Und schon können wir weitermachen. Ich könnte natürlich auch immer das für euch pausieren, aber... ...macht glaube ich keinen sonderlich großen Unterschied. Was die Zeit jetzt an... Ich überlege ja immer in etwa so, was ich so in einer Folge machen möchte. Bei Skyrim ist das ja nicht anders. So. So. Zwei Boote. Wo sind wir hier? Wo ist das Feuer? Mehrere Häuser. Da vorne ist ein Tier. Oh, und hier ist ein Bandit. Komm her. Hier, hier. Komm her. Immer schön einzeln, hier. Ah, dich ziehen wir hier nach ganz vorne. Komm ran. Komm ran. Nett. Schon erledigt. Guck mal, ich brauche doch gar kein Gegengift. Hier hat mir schon eins gegeben. Was ist denn da vorne? Da war so ein fetter... ...ist gepanzert. Okay, dann gehen wir mal hier links lang. Vielleicht kann man hinterm Haus her. Sieht auch da drin. Magst du mal eben herkommen? Hier, hier. Na, warte mal kurz. Ich ziehe den mal hier in der Ecke. Man kann hier hinterm Haus lang. Gut. So. Dann komm mal ran hier. Also, die sind echt super leicht zu machen, muss ich ja sagen. Die Banditen. Das habe ich schwere in Erinnerung. Schluck aus der Wasserflasche hier. Gut. Aber der gepanzerte... Das gepanzerte... Das gepanzerte... Wie ist das? Ach, das geht ja hoch. Kann man von hier da rüber? Ich höre es. Ich glaube, es wäre keine so eine gute Idee, da hoch zu gehen. Dann würde ich ihn in die Zange genommen. Seht ihr, da ist da einer an dem Brunnen. Und das gepanzerte Viech, das steht da auf der Treppe. Mal hoffen, dass er wieder runterkommt. Schleichen wir uns erst mal wieder hier weg. Haben die ein Rohrsystem im Dach? Hä? Warte mal. Gehen wir mal hier rum. Wir können weiter... Ah. Stromspule. Zwei werden benötigt. Ich habe nur eine. Die ist zu Hause. Okay. Dann dafür brauchte man die Stromspulen. Da ist, glaube ich, irgendwas richtig Heftiges hinter. So, da ist der Wolf. Kann ich den wohl runterlocken? Aber da sollte ich vorher noch gucken, dass nicht, dass ich jetzt hier von den anderen Häusern noch Leute habe, die hier runterkommen. So, hier ist nichts drin. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Oh, der sieht heftig aus. Hier kann ich nicht reingucken. Durch die Fenster. Mist. Ich habe auch keinen Stolperdraht mitgenommen. Den könnte ich jetzt, glaube ich, gebrauchen. Der Köter ist unter der Treppe. Da würde ich sagen, hören wir uns um ihn hier in der Hütte erst mal. Oh, guck. Och, Mann. Okay, warte mal. Äh, wir nehmen den Feuerlappen. Ich höre mich wie ein Natsu. Ich höre mich wie ein Natsu. Bäm. Einfach draufknöppeln. Ein paar Hits nehmen wir in Kauf und fertig. So. Was ist das? Banditenleutnant war es. Okay. Der hat einen Eisengroßhammer. Er hatte einen Eisengroßhammer. Das ist jetzt unser Eisengroßhammer. Kann ich den von hier irgendwie... Okay, da ist nichts. Aber er hat es mich jetzt gefunden. Das ist gut. Dann komm mal her. Komm mal mit. Hier vorne. Okay, der hält eine Menge aus. Also was Wucht angeht. Aber das Leben war jetzt nicht so heftig. Das machen wahrscheinlich die... 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 die Feuerhände. Gut. Oben will ich noch nicht hin. Gehen wir erst mal außen rum. Weil ich meine, hier sind noch weitere Gegner. Können wir mal eben einen Verband machen. So. Hä? Ach hier. Nichts, 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 nichts. Und jetzt noch einen Schundhaufen. Amolithelm? Ah, ich habe Holz mitgenommen. Ich wollte kein Holz haben. Weg damit. Und ich habe zwei Zelte. Amolith, Amolith, Amolith. Da. Ein Amolithelm braucht Amolith. Palladium. Und einen gepolsterten Helm. Und dann kommt dieser hier raus. Mit Schutz. Widerstand. Schlagfestigkeit. Schadensbonus. Widerstand. Kälte. Mehr Mana kosten. Und mehr Ausdauerkosten. Hä? Zwei Banditen. Zwei Banditen. Nehmen wir diesmal die Eislappen. Dann mache ich einen schnell weg. Mal Sekunde. Mache ich einen schnell weg. Und mache dann den anderen schnell weg. Beziehungsweise werde ich wahrscheinlich ein bisschen aufs Maul kriegen. Aber... So lange hinschleichen, wie es geht. So, den werden wir als erstes machen. Oh! 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 Nein! Nein! Ich habe mich verklickt. Gebrochen und besiegt gehst du zu Bohren, wehren du dich. Während um dich herum langsam alles schwarz wird, spürst du auf einmal, wie jemand über dir steht und dich verteidigt. Durch den Schleier deiner Benommenheit dringt eine warme Stimme an dein Ohr. Na, na, heute wird nicht gestorben. Schön wach bleiben, ich passe auf dich auf. Sterne und Lagerfeuer tanzen in deinem fiebrigen Geist umher. Langsam öffnest du deine Augen. Du bist in Sicherheit. In der Nähe prasselt ein warmes Lagerfeuer. Daneben findest du eine Nachricht und eine geheimnisvolle Flasche. Du bist allein, aber du spürst, dass gerade eben noch jemand hier war. Mein Tag ist vergangen. Wo bin ich? Gäbs Nachricht? Moment. Machen wir mal hier das. Gäbs Nachricht? Ne. Machen wir beides. So. Wo haben wir es denn? Achso. Hey, du warst in Schwierigkeiten und ich habe dir geholfen. Ich kann nicht bleiben, um auf dich aufzupassen. Aber ich habe versucht, dafür zu sorgen, dass es dir gut geht. Trinke eine Flasche meines eigenen Gebräus auf mich. Äh. Du bist mir was schuldig, Kumpel. Minus Gäb. Wer ist Gäb und was hat der mir gegeben? Ich würde sagen, wir brauchen erstmal neben dem Lagerfeuer ein Zelt. Und müssten hier mal eine Runde übernachten. So. Also. Wir halten Wache. Schlafen. Oh, das ist zu nah dran. Das Zelt ist zu nah am Feuer dran. Warte, ich mache das Feuer mal aus. Hallo. Warum geht das nicht? So. Dann gehen wir jetzt rein. So. Einmal Wache halten. Schlafen. Und schlafen. Zwei Stunden schlafen. Zwei Stunden Wache halten. So. So geben wir uns doch nicht geschlagen hier. So. Einmal bitte das einfach nicht benutzen. Geh raus. Abbauen. So geben wir uns doch nicht geschlagen hier. Also. Hacken wir mal das hier hoch. Dann ist die Tasche auch nicht so voll. Lassen wir davon ein. Und trinken wir diesen Tee. Und schon sieht es besser aus. So. Was essen. Was trinken. Und wir sind wieder voll auf dem Damm. So. Wo sind wir denn jetzt? Oh. Da sind Fische. Ich glaube da vorne ist der Splenditenlager. Das heißt wir können da einfach wieder hinlaufen. Und. Auf ein neues versuchen. Gut. Es waren halt zwei Typen. Einer war Bogenschütze. Ich habe mich dumm angestellt. Habe den Feuerlappen angemacht. Während ich den Eislappen schon anhatte. Tja. Unvorsichtig. Beziehungsweise. Ich bin in Hektik geraten. Da wollen wir nicht hin. Ist ein Mond. Keine Gegner. Was finde ich gut. Ist das die Brücke? Nein. Das ist eine andere Brücke. Und der Brücke wo ich rüber gegangen bin war kein Turm. Oh. Äh. Nicht hingucken. Oh. Gar nicht gut. Da vorne ist noch einer. Okay. Ich glaube wir sind auf der Rückseite. Gucken wir mal. Hm. Mondclam Clans. Leertaste. Weiter. Jo. Wir sind auf der Rückseite. Wir sind auf der Rückseite. Oh. Leer? Auch leer. Da hinten was? Hier blitzelt. Hier blitzert nichts. Beziehungsweise glitzert nichts. Das hier wird nichts sein. Okay. Was ist in dem Haus? Ein normaler Bandit. Den können wir machen. Fertig. So muss das laufen. Und noch mehr Gegengift. Und ist in der Tor was? In der Tor ist was drin. Eine Eisenhelle Bade, Verbände und Gabärenstuhl. Wunderbar. So. Jetzt müssen wir nochmal umräumen. Was habe ich denn hier noch? Äh. Die Rüstung kann ich zerlegen. Die ist nämlich mehr wert, wenn ich sie zerlege, glaube ich. Ja. Guck mal. Und kein Beutelübergewicht mehr. So. So. Vorsichtig. Weiß nicht, ob in dem Zelt niemand ist. Aber das hier sieht leer aus. Denn da oben müsste ja noch ein Bandit sein. Da die Treppe hoch. Hier ist nichts. Im Zelt. Auch niemand. Blitzlappen? Und ein Fanggroßschwert. Aber Fanggroßschwert habe ich schon. Hä? Oh. Nase juckt. Ist man hier rum? Ne. Der will einen nicht hinter die Hütte lassen. So ein abgesperrter Bereich. Schade. So. Dann gucken wir mal. Sind das jetzt wieder zwei oder ist das nur einer? Einer. Ja, den können wir machen. Komm ran. Ui. Junge. Bogenschütze? Dafür ist der war ganz schön gut mit dem Schwert. Dafür, dass es ein Bogenschütze sein soll. Äh. Mitnehmen. So. Jetzt sind wir maximal überladen. 25 hier. Aber da gibt es ja Trick 17. Den hier leeren. Das packen wir hier zusammen. Das packen wir hier zusammen. Legen die Pfeile an. Hm. Aber ich glaube, wir müssen zurück. Hm. Das habe ich schon gelernt. Und. Ja. Wir dürfen zurücklaufen. Das ist ja doof. Ui. Sind wir langsam. Ah ja. Weil das hier so schwer ist. Die wiegt 7. Das ist glaube ich die schwerste. Guck mal. Jetzt ist der Bolte schon gar nicht mehr im Übergewicht. 17. Drei. Zwei können noch hoch. So. Wie schnell bin ich jetzt? Wenn ich renne, geht's. Okay. Also. Ganz einfach noch nicht fertig. Da oben sind noch Gegner. Dann würde ich mal sagen, wir laufen jetzt mal schnell zurück nach Sierzo. Oh. Schluck Wasser. Genau. Frisches Bergquellwasser. Bergquellwasser. Also. Schnell zurück nach Sierzo. Einmal abladen. Und nochmal los. Bin zu gierig. Ich will alles haben. Deswegen lasse ich jetzt nicht irgendwelche kleinen Sachen rumliegen. Sondern ich nehme alles mit. Also. Weiter. Der Rückweg war ja auch frei. Von daher. Da muss man nur ein bisschen laufen. Da unten ist so ein fetter Käfer. Seht ihr ihn? So. Und hätte ich jetzt schon vorher alles da vorne. Ähm. Auf der grünen Ebene. Schon eingesammelt. Diesmal gehen wir nicht durch das Ding durch. Dann hätte ich ja noch mehr Platz im Inventar weg. Dann hätte ich ja noch mehr Platz im Inventar weg. Ausdauer völlig hinüber. Äh. Äh. Ich denke aber auch, dass es eine gute Entscheidung war, auf die Händler-Händler-Rüstung zu wechseln. Denn. Die. Äh. 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 Waschenplatz. Sind doch mehr wert als die verringerten Ausdauerkosten. Wie weit ist es nicht mehr. Dürften. Würde mal sagen, in zwei Minuten spätestens in Cerso sein. Und wenn der Händler noch da steht, dann können wir direkt auch die Sachen verkaufen. Dann müssen wir aber noch einmal zum Leuchtturm hoch, oder? Ich weiß halt nicht, wie viel da noch zu holen ist. Wenn da halt noch richtig viel zu holen ist, müssen wir am besten die kompletten Taschen leer machen. Ja, einmal die kompletten Taschen leer machen. Denke ich. Oh, da sind zwei Banditen. Die will ich jetzt nicht gegen mich haben. Ich kann nämlich auch nicht mit dem, mit dem, mit dem Hammer hier. Habe ich ja noch gar nicht gekämpft. Ich weiß auch noch gar nicht, wie gut der ist. Oder schlecht. So. Einfach die Abkürzung oben rum. Hier ist, hier scheint kein Gegner zu sein. Das dauert doch länger, als ich dachte. In der Bärenbusch. Hat keiner gesehen. Da unten ist nichts. Wunderbar. Dann Sind wir ja gleich endlich in Cieso angekommen. Nett von Gap übrigens, dass er uns so beschützt hat. Alter, der Rand ist ja richtig eingedunkelt hier. Schafft. Schafft. War eine schwere Geburt. Viele Positionen werden geladen. Wirf einen Blick auf die Karte. Denn Außenbereiche sind riesig. Bedeutende Sehenswürdigkeiten sind mit Symbolen markiert. Wenn du mit dem Cursor drüber... Ich muss früher anfangen zu lesen. So, da ist er schon. Wunderbar. Ja, wir gehen nochmal auch nach oben in der Hütte. Aber erstmal... Wo sind meine Räustlinge? Da. So, jetzt müssen wir dir Sachen verkaufen. Was kann ich für dich tun? Das Schwert, den Hammer, das, den Bogen. Okay. Die Pfeile sind was wert. Und die anderen Pfeile kann ich nicht verkaufen, soweit ich das sehe. Oh! Stopp, stopp! So, das kann ich nicht. Den habe ich zweimal. 88 Silber. Tipp, top. Normale Pfeile kann man nicht verkaufen. Hm. Das ist aber scheiße. Das ist aber richtig scheiße. So. Gut, wir gehen eben schnell ein paar Sachen oben abladen und dann rennen wir rüber zum Banditencamp. Das kriegen wir heute noch gecleared. So. Mich stört ein bisschen der Gesundheitsbalken. Aber da kann ich jetzt gerade noch nichts dran ändern. Das würde zu lange dauern, wenn ich mich jetzt komplett um diesen Gesundheitsbalken kümmere. Wie viel haben wir? 12. 12. Ja, wenn ich 2 Stunden schlafen würde, dann würde der, glaube ich, schon wieder voll sein. Probieren wir das gleich mal aus. So. Der Brief kann mit rein. Da reicht es, wenn ich einen mitnehme. Gäbs Trunk. Ich packe den erst mal weg. So. Der muss hier hin. Den Blitzlappen packen wir mal drüber hoch. Weg, 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 weg. So, das Zelt müssen wir aber wieder Wind nehmen. Wir planen zwar nicht, umgeholzt zu werden, aber das kann ja schon mal passieren. Sollen wir mal schnell 2 Stunden knacken gehen? Oh. Sieht immer so wenig, äh, sieht immer so viel aus, wenn man da am Schlafen ist. In jeder Stadt findest du Gastwirte, die nach Informationen oder einen Weg fragen. Oder die du nach Informationen oder den Weg fragen kannst. Auch Wachen stehen mit Draht und Tarte zur Seite. Huf. Siehste, Leben schon fast wieder voll. Perfekt. So. Die haben wir. Brauchen wir noch ein Fleischeintopf. 2 Stück nehmen wir mit. Ansonsten. Brauchen wir sonst noch was? Eine Stromspule hätte ich. Brauche aber 2. Okay. Dann müssen wir nur noch den Blitzlappen auf den Schnellslot des Feuerlappen packen. Oh, dann können wir wieder los. Unten füllen wir gleich noch mal Wasser auf. Nein! Oh. Ich hab'n Heiltrank getrunken. Mann! Was ist das Scheiße? Was doofes. Bin ich mad. Da füllen wir mal eben schnell den Wasserschlauch auf. Und raus da. Auch die fröhliche Musik kann mich gerade nicht positiv stimmen. Den Tipp hatten wir schon. So. Dann mal wieder los, ne? Hopp, 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 hopp. Schneider! Wir haben's eilig. Jetzt müssen wir unten auf die Banditen achten. Nicht, dass die da unten sind und uns gleich in den Rücken fallen. Perlvogel Die Banditen haben sich in einen Perlvogel verwandelt Okay Ist in Ordnung Finde ich jetzt nicht so schlimm Die Banditen hier Nichts hier ist einfach nur die Karte so komisch Übereinander gelegt worden Na gut Weiter laufen Unser Ziel ist schon in Sicht Ja Ja Das sieht nicht schlecht aus So Diesmal die Falle nicht mitnehmen Das kostet uns da nur unnötig Lebensenergie Die Blutung und das Das verlorene Leben sind gar nicht mal so schlimm Der Punkt Dass man Maximalleben verliert Ist schlimmer Weil das kann man ja schnell mit einem Verband Und mit einem Fleischantopf wieder regeln Das verlorene Leben Das ist ja jetzt nicht der Der kritische Faktor Aber Ne So Festung Mond Mond Clam Äh Calm Mond Mond Calm Mond Calms Wie wird das ausgesprochen Mond Calm Clan Die haben nochmal gezuckt Wie dreist So da oben ist ein Ich meine ein Magier Und da oben ist ein fetter Dude 100 pro So Fleischantopf reinhimmern Das da trinken Bam So Wow Magier Und jetzt ist er weg Na Isaac Blauer breiter Autsch Magier kosten Ausdauerkosten Schadensbonus Widerstand Der ist besser Richtig genial So der kann ja nicht liegen bleiben Denn da oben ist ja direkt der nächste Gegner Oder Jo Laut Oh Vorsicht da Oh Oh So nicht Nein Mein Lappen Warte Ich weiß was ich tue Bin schneller als er Schnell den Blitzlappen gleich Warte ich mach mehr Kälteschaden mit dem Helm So Nein ich hab wieder einen Blitzlappen reingemacht Verdammt So verbannt Wo ist er denn Ach da unten Der hat's noch nicht mal die Treppe hoch geschafft Was ist das denn für ein Horst Komm her Arnes Jetzt gibt's was Jetzt gibt's ein Was ist er denn Gibt's einen Satz Heißer Ohren Was ist er denn Was ist er denn Was ist er denn Oh 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 Schütze Weiter Ich hab ihn fast Ja Der war eine harte Nuss Brauche ich meinen Rucksack erstmal Aber der war langsam und träge ne Richtig langsam und träge war der So Dann gucken wir mal was er kann Äh was er hat Hackbeil Hackbeilhellebarde Mhm Und das ist der Banditencaptain Der hat einen Mundkalmschlüssel Kleiner Schlüssel der bestimmte Türen aufschließt Ich glaub der hatte da doch Wollen wir nicht einen winzigen Aquamarien noch Ne einen kleinen Saphir brauchen wir noch So der Schlüssel ist aber nicht zufällig hierfür oder Nein sind immer noch Stromspulen Okay Versuch was wert So dann schauen wir mal Ob hier irgendwo irgendwo eine Kiste ist Oder eine Tür Oder ein Weiß ich nicht was Eine Tür Kann man sich auf den Thron setzen Man kann sich nicht auf den Thron setzen Das hier würde Dem Mann von Astrid nicht gefallen das Geschirr Der mag die Farbe Blau nicht Reich verzierte Truhe Potale Schlagringe Fügt Verwirrung zu Aha 25 19 25 Oh Was mich ein bisschen stört ist dass die Ja aber okay das merkt man kaum Das merkt man kaum Wunderbar So Vanditencamp Geklärt Und ein wunderschöner Ausblick In die Ferne Ich glaube das wäre sogar noch besser als Thumbnail Aber ich habe mich schon entschieden Ich habe mich schon entschieden Gut Ob ich für morgen eine Folge hinkriege Weiß ich noch nicht Wir haben jetzt Oh halb neun Ich setze mir jetzt erstmal ran Dass die hier online kommt Und die Folgen für Skyrim Die muss ich noch alle rendern Es sind noch fünf Stück oder so Ja nächste Folge laufen wir dann zurück Nach Sierzo Es ist ja spät Und Bereiten uns auf unsere nächste Erkundungstour vor Beziehungsweise wir können glaube ich Noch ein bisschen hier ein bisschen umherlaufen Und dann zurück nach Sierzo Machen wir aber alles in der nächsten Folge Ja fürs Zuschauen Und ich hoffe euch hat es gefallen Und bis zur nächsten Folge Tschüss Eu 46 Tschüss Es ist wahrscheinlich Niveau